Wenn ich jetzt irgendein inneres Thema habe, vielleicht eine Emotion, die ich nicht fühlen will, vielleicht eine Ohnmacht. Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich ohne Macht innerlich, aber ich erlaube mir nicht, diese Ohnmacht zu fühlen. Was mache ich dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erlaube ich mir, diese Ohnmacht zu fühlen und bejahe sie, oder ich muss sie selber verneinen und vermeiden. Herzlich willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, Johannes Decker. Servus. Servus, Nico. Du warst schon ein paar Mal da, deswegen können wir heute gleich ins kalte Wasser springen, vor allem, weil wir jetzt eine ganze Serie gemeinsam aufnehmen über Bitcoin und die Selbstentwicklung, Bitcoin und die innere Reise. Bitcoin und du, du hast mich vorher beim Frühstück was sehr Interessantes gefragt. Kannst du die Frage wiederholen? Ja, ich hatte dich gefragt, Nico, macht es jetzt Sinn, in Bitcoin zu investieren, zu dem Zeitpunkt, wo der Kurs gerade steht? Großartige Frage, oder? Ja. Weil wir arbeiten jetzt auch schon seit über einem Jahr zusammen, auch privat, und reden über die großen Dinge des Lebens und viele von denen, wenn Dinge in der Zukunft liegen können, natürlich nicht beantworten. Und trotzdem bekomme ich immer wieder die Frage, wo steht denn der Bitcoin-Kurs übermorgen? Jetzt analysiere ich dich mal, was glaubst du, was hinter dieser Frage steckt? Ja, was steht hinter dieser Frage? Gute Frage tatsächlich. Ich glaube an Bitcoin, wie wir alle, glaube ich, hier. Und es ist einfach diese äußere Freiheit, die da drin steckt, also in Bitcoin zu investieren und dann eben für die Zukunft mehr Wert zu haben. Und das ist die Frage dahinter, wenn es um äußere Freiheit geht. Aber die Frage ist ja quasi, wie kann ich mehr Geld rausholen? Oder ist das eh schon die äußere Freiheit? Naja, äußere Freiheit könnte vieles sein. Äußere Freiheit könnte sein, reise ich im Urlaub an die Nordsee, reise ich nach Bali, nach Thailand oder bin ich sechs Wochen in Dubai. Äußere Freiheit könnte Meinungsfreiheit sein. Äußere Freiheit ist, was für einen Pass habe ich? Also alles, was ich in dieser materiellen Welt, sage ich mal, an Freiheit genieße. Und da gehört eben auch Bitcoin dazu und ist ein ganz großer Bestandteil unseres Lebens. Und dann gibt es aber eben auch noch die innere Freiheit, die absolute Freiheit. Und das ist ja auch das, wo wir beide immer hingucken, auch in unserer gemeinsamen Arbeit. Aber heute Morgen war beim Frühstück tatsächlich die Frage, Nico, wo ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, in Bitcoin zu investieren? Und ich denke mir dann oft, was ist jetzt schon wieder los, wenn ich diese Frage gestellt bekomme? Dann schaue ich auf den Preis. Boom, ist er sehr hoch. Wir sagen jetzt absichtlich nicht, wo er gestanden ist, weil wir nicht wissen, verraten wollen, an welchem Tag wir genau das aufnehmen. Aber das ist auch nicht entscheidend. Er ist sehr stark gestiegen über eine bestimmte Marke. Okay, die Medien werden jetzt wieder aufmerksam und ich bekomme diese Frage jetzt natürlich öfter zu hören. Jetzt ist natürlich, also das ist ja faszinierend, nicht? Also Bitcoin hat diese Preist-Action und der Preis zieht die Leute rein. Und selbst die, die schon drin sind, denken sich bei einem steigenden Preis nicht, fuck, ich bin jetzt reicher als vorher, sondern sie denken sich, ja, ich hätte mehr kaufen sollen. Ja, ich glaube, es ist auch eine gute und berechtigte Frage, weil wir alle eben nach mehr Freiheit streben. Also gerade, wenn wir in den Bitcoin-Space reinkommen, nach äußerer Freiheit, mehr davon kaufen zu können, leisten zu können, investieren zu können. Und das ist tatsächlich etwas, das kann man auch nicht vorhersagen. Was bringt die Zukunft, was wird in einer Woche sein, in einem Monat, in einem Jahr? Langfristig wissen wir beide, dass Bitcoin, also zumindest ich und du, weiter nach oben gehen wird. Von daher ist die Frage eigentlich, ob... Wir gehen davon aus. Wissen tun wir nichts. Wir wissen, dass es das ist wahr. Wir gehen davon aus. Aber ich, also für mich, ich spüre es so intensiv, ich habe solche Erlebnisse auch mit Bitcoin gehabt. Wir hatten ja in dem Podcast ja davor schon mal darüber gesprochen, wie ich zu Bitcoin gekommen bin. Vielleicht finden wir hier noch Anklang. Und für mich war diese erste Begegnung mit Bitcoin in der Tiefe so erleuchtend tatsächlich, dass es für mich ein, also innerlich, ich kann es kognitiv nicht 100% wissen, woher auch. Es gibt viele Faktoren. Aber innerlich, ich spüre das auf einer Ebene, die ich gar nicht wissenschaftlich oder rational begründen kann. Aber es ist wie so eine Intuition. Und diese Intuition leitet mich. Und ich bin so in tiefem Urvertrauen auch mit Bitcoin, wenn es um die äußere Freiheit geht. Und die äußere Freiheit ist im Grunde was? Die materielle Freiheit. Dass man sein Leben gestalten kann, dass man die Dinge so tun kann, wie man es gerne möchte. Ja, genau. Ich habe einen deutschen und österreichischen Pass, dass wir die Möglichkeit haben, viel zu reisen in der Welt. Das ist für uns wie selbstverständlich. Aber wenn wir einen russischen Pass haben oder einen afghanischen oder irgendeinen anderen Pass, dann haben wir nicht diese Freiheit in der Möglichkeit. Meinungsfreiheit, Demokratie, die Möglichkeit, unser Geld rein zu investieren, wo wir wollen, hinzureisen, wo wir wollen. Das ist äußere Freiheit, die wir genießen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und wir Menschen streben eben nach mehr äußerer Freiheit. Aber das heißt, dass Bitcoin nur ein Teil dieser äußeren Freiheit ist. Weil wenn Geografie, Meinungsfreiheit passen und so weiter, da kann Bitcoin natürlich ultimativ auch helfen und die Welt umgestalten. Aber jetzt in der Praxis, bei den meisten, die uns jetzt zuhören werden, ist es ähnlich gegeben. Da ist schon viel äußere Freiheit da gewesen zu dem Zeitpunkt, wo sie Bitcoin gekauft haben. Ja, auf jeden Fall. Und es ist aber auch natürlich, dass die äußere Freiheit auch erhalten bleibt. Das eine ist der Status Quo. Aber diejenigen, die sich jetzt hier auch vielleicht diese Folge anhören oder wir beide, was passiert in der Zukunft? Wir erleben Inflation, geopolitische Veränderungen, Kriege und so weiter. Bleibt das so, wie es ist? Und ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass sich Dinge verändern. Wir erleben es ja schon. Und wir wollen ja nicht nur heute frei sein, sondern der Mensch strebt ja auch danach, morgen und übermorgen und nächstes Jahr frei zu bleiben und zu sein und möglicherweise diese Freiheit auch weiter auszubauen. Und Bitcoin ist eben ein Teil dieser Freiheit. Und ich glaube, dass dieser, der prozentuale Anteil, ohne das jetzt irgendwo genau, irgendwo ran festmachen zu können, immer größer in Richtung Bitcoin gehen wird. Weil wenn Geld ist eben mitunter die größte Freiheit, also die relative Freiheit, wir kommen gleich zur absoluten Freiheit, die es auf diesem Planeten dann gibt. Und mit Geld kann man sehr, sehr viel bewegen. Und wenn wir heute in Bitcoin investieren und der Bitcoin sich in die Richtung entwickelt, von dem wir alle ausgehen, dann steigt eben auch das Maß an relative Freiheit. Und das ist was Wundervolles. Das ist, damit können wir ja menschliche Erfahrungen machen und das ist was Großartiges. Aber das ist eben auch nicht alles. Und diese Brücke zu schlagen zwischen der äußeren Freiheit und der inneren Freiheit, das ist so das Thema, was mich total reizt, beide Welten zu bespielen, beide Welten zu meistern tatsächlich. Ganz kurz, wir werden noch eine längere, eine eigene Folge machen zu deiner Story. Aber wer bist denn du? Was machst denn du? Genau. Ja, die Frage, wer ich bin, ist eine ganz große. Die heben wir uns für ein bisschen später auf. Ich fange erst mal an, was ich mache. Ich begleite Menschen, begleite dich, begleite Unternehmer, Geschäftsführer, aber auch Studentinnen, Mitarbeiter auf ihrer Reise zu sich selbst. Ich helfe ihnen, mehr Innere frei zu bekommen. Was das ist, sprechen wir gerne gleich drüber. Und bin auch manchmal wie so Feuerwehrmann. Wenn irgendwas ist bei jemanden, die können mich dann anrufen, dann sprechen wir und ich helfe den Menschen, zu sich selbst zu kommen, im gegenwärtigen Moment zu sein und aus dem gegenwärtigen Moment heraus treffen wir Menschen weitaus bessere Entscheidungen, als wenn wir in Angst sind, in Ohnmacht, in Wut, also nicht bei uns selbst sind. Und dabei begleite ich Menschen und helfe ihnen, echte Fülle, inneren Frieden in sich zu erleben, ohne dass es dafür im Außen etwas braucht. Ich habe ja schon erwähnt, wir arbeiten schon gemeinsam und ich beurteile Menschen nach dem, wie ich sie finde und so weiter. Aber es gibt natürlich oft die Frage, die ist auch berechtigt, was qualifiziert dich dazu? Hast du deine Ausbildung genossen oder wie kommt man zu diesem Berufsbild? Du bist Coach, oder? Ja, genau. Wie komme ich dazu? Wir sprechen gerne in der nächsten Folge über so meine eigene innere Reise. Aber jetzt sage ich mal, diese weltliche Ausbildung, also weltliche Ausbildung hat es angefangen, Industriekaufmann-Ausbildung, dann duales BWL-Studium, Master in International Marketing and Sales. Das ist so die akademisch-irdische Ausbildung. Aber wenn es jetzt darum geht, Menschen zu begleiten, ich bin zertifizierter NLP-Master-Coach. Das heißt, ich habe mich sehr, sehr lange über viele Jahre NLP gelernt, eine Ausbildung drin gemacht. M-Trace-Coach, da geht es um Emotionen und im Energiebereich auch noch eine Ausbildung gemacht. Das sind so diese irdischen Ausbildungen. Aber nicht Energie im Sinne von Strom. Nein, 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 da habe ich keine Ahnung von. Nein, es geht wirklich darum, Energien von Menschen zu sehen, zu spüren und ihnen zu helfen, diese richtig zu lenken, stimmig zu lenken. Und dann natürlich meine eigene Lebenserfahrung. Ich begleite jetzt seit über acht Jahren, neun Jahren Menschen auf ihrer Reise und bin natürlich auch selber immer wieder gereist, habe viele Retreats besucht, Erfahrungen machen dürfen, psychodelischer Natur in Mexiko, in Bali, ohne jetzt schon tiefer darauf einzugehen, was ich genau erlebt habe. Das bleibt dann sehr spannend für die nächsten Folgen. Und das hat mich so sehr zu mir selbst geführt, dass immer mehr Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, Johannes, wie schaffst du es innerlich so ruhig zu bleiben? Wie schaffst du es so gleichmütig zu sein? Ganz egal, was im Außen passiert, kann ich das lernen? Und dann sind immer mehr Menschen zu mir gekommen. Und das ist das, was ich liebe. Also das ist das, was mich total begeistert. Ganz kurz als Side-Note, weil es mich auch interessiert, und weil das auch ein Triggerpunkt sein wird, NLP. Ich kenne das nur als die Dinge, die Politiker lernen, um in Interviews Leute zu überzeugen. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen fishy Beigeschmack. Ja, NLP, neurolinguistisches Programmieren. Ich bringe mal die Metapher, wenn du dir einen großen Schraubenschlüssel vorstellst. Damit kannst du eine Maschine reparieren, damit kannst du gute Dinge bauen, was erschaffen, reparieren etc. Oder du kannst mit einem Schraubenschlüssel jemanden den Kopf einschlagen. Das heißt, es hat nichts mit dem Tool an sich zu tun, sondern es ist immer derjenige, der es benutzt und zu welchen Zwecken. Und das Gleiche ist mit Geld. Geld an sich ist erstmal neutral. Und will ich mit dem Geld etwas Positives machen oder will ich mit dem Geld Kriege finanzieren, Terrorismus und so weiter. Das heißt, es ist nie das Geld oder das Tool, sondern immer die Frage, wer nutzt dieses Tool und aus welcher inneren Haltung heraus. Und deswegen ist NLP wundervoll, weil es uns eben auch hilft. Aber was ist es? NLP? Ja. NLP ist also neurolinguistisches Programmieren. Es geht viel um Sprache und wie wir uns durch Sprache, wie die Computersprache, wenn ich jetzt für diejenigen, die jetzt im Informatikbereich sind, damit codest du ja etwas und erstellst eine Website und so weiter. Und Sprache programmiert uns aber auch selbst als Mensch, also unsere eigene, wenn du so willst, innere Software. Und wenn wir uns gewahr sind, wie wir mit uns sprechen, wie wir mit anderen sprechen, dann kann ich mich ja auch beeinflussen in die eine oder andere Richtung. Ich kann liebevoll zu mir sprechen und wohlwollend oder ich kann zu mir sprechen und werte mich ab und zerstöre mich. Also ich kenne auch die zerstörerische Seite, das sprechen wir dann gerne in der nächsten Folge drüber, wie ich zu mir gesprochen habe in der Vergangenheit. Oder ich kann die Sprache eben nutzen, wenn ich mit Menschen arbeite, benutze ich ganz gewisse Worte, um mein Gegenüber dabei zu helfen, im gegenwärtigen Moment zu bleiben. NLP hilft uns aber auch, um gewisse Modelle der Psyche zu erklären und uns auch in dieser Welt besser einzuordnen. Das ist wie so eine Landkarte, kannst du es sehen. Wir sind in der Welt und NLP hilft uns, eine Landkarte von der Welt zu bekommen. Und wenn ich jetzt in Wien bin und habe einen Stadtplan, dann wird es für mich deutlich leichter sein, mich durch die Wien zu navigieren, als wenn ich diesen Stadtplan nicht hätte. Also jetzt mal zurück zu Bitcoin und zur äußeren Freiheit. Es gibt da diese Grundbedürfnisse, die wir Menschen haben. Monetär oder Vermögen oder Sicherheit im Geldbereich oder im finanziellen Bereich, Gesundheit, Partnerschaft, Familie. Und all diese Dinge, die du jetzt beschrieben hast, von NLP über Spirituelles, über Pflanzensmedizin und so weiter, da hätte ich vor fünf, sechs Jahren gesagt, Geh mir weg. Bleib mir weg, der Antichrist ist da. Und die Überleitung zu Bitcoin ist für mich die, und das erlebe ich eben bei vielen, und deswegen ist mir das so wichtig, über diese Dinge zu reden, dass du wirklich dieses große Problem, dass uns das Fiat-System, das verstehen wir alle, Gelddruckerei, Infektion, das permanente Hamsterrad, in dem wir uns heute befinden, das dich langfristig krank und kaputt macht und halt immer schlimmer jetzt auch wird. Also unsere Elterngeneration konnte damit noch besser umgehen, weil so ein Fiat-System hat eine Lebensdauer und die ist erreicht. Wenn man das erstmal quasi sich deprogrammiert hat, und ich sage wirklich deprogrammiert im Sinne von, es verstanden hat, weil es reicht, es zu verstehen, und es reicht, sich eine Lösung gefunden haben. Du musst noch nicht unbedingt jetzt, keine Ahnung, in Bitcoin schwimmen dafür, weil das ist dann der nächste Punkt, die Frage, was du mit dem machst. Aber das erste ist mal, dass du es für dich erreicht hast. Und das öffnet viele Menschen, inklusive mir, ganz neuen Fragen. Das hat Auswüchse. Also es gibt dann diese Phase, wo man dann auf Twitter rumhängt und jedem erklärt, wie er sich zu ernähren hat und wie lange er zu schlafen hat und mit welcher Temperatur er in der Früh zu duschen hat und solche Dinge. Aber das ist auch okay, das verstehe ich auch. Aber eigentlich geht es darum, dass du quasi erst die Grundlage geschaffen hast, mit dieser impliziten, in äußeren Freiheit, vielleicht dein Leben aufzubauen, aus deinem Leben was zu machen. Und du hast dir auch gesagt, du hast das so gespürt, das ist auch so lustig, wir gehen da rational heran, aber es kommt dann irgendwo auf dieser Gefühlsebene an. Sind wir alle verrückt? Also ich meine, das klingt irre. Das müsste schon klar sein. Ja. Es gibt die relative Freiheit, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, Bitcoin, Geld, Möglichkeiten zu reisen und die absolute Freiheit, die innere Freiheit. Freiheit. Und ich bringe mal das Beispiel, zum Beispiel jetzt bei Lottomillionären, Menschen, die, ich sag mal, über Nacht sehr vermögend geworden sind, also relativ gesehen einen unglaublich starken Zuwachs an relativer Freiheit gewonnen haben, weil sie damit Dinge leisten können, fliegen können, etc. Aber viele Lottomillionäre sind nach wenigen Jahren wieder sehr verschuldet oder manche sogar Suizid. Warum? Liegt nicht an dem Geld oder an der Freiheit, die sie da bekommen haben, sondern weil sie durch diese äußere Freiheit, die innere Freiheit, das hat nicht nachgezogen. Also die absolute Freiheit. Denn wenn wir zwar äußerlich frei sind und wir haben, sagen wir mal, 100 Bitcoin oder ganz, ist ja egal, ganz viel Vermögen haben, aber innerlich nicht frei sind, innerlich nicht frei sein bedeutet, dass etwas passiert im Außen und ich nehme das wahr und ich mache mir Gedanken und dann kommt eine Emotion hoch und auf die Emotion reagiere ich sofort. Also ich nehme den Reiz wahr, Gefühl kommt hoch, Reizreaktion und so weiter. Das heißt, dann bin ich wie fremdbestimmt. Etwas passiert im Außen und ich, wie so ein Tier, es passiert Reizreaktion. So, wenn ich jetzt, sage ich mal, ganz viel Geld habe, weil ich Lotto gewonnen habe oder früh in Bitcoin investiert habe oder wo auch immer, ist ja egal, aber innerlich nicht frei bin, dann kann es sein, dass ich das Geld benutze, um mir Dinge zu kaufen, die ich gar nicht brauche, ganz viele Lamborghinis, um Menschen zu beeindrucken, die ich erstmal nicht persönlich kenne und die ich noch nicht mal mag und die mich nicht mögen, aber einfach, weil ich dieses Gefühl habe, ich muss andere Menschen beeindrucken, ich muss bedeutsam sein, ich muss Anerkennung zu bekommen und wenn wir das so tun, das ist nichts falsch dran, ich verurteile das nicht, es bedeutet aber, dass wir Dinge tun, die, wo wir innerlich wie gefangen, innerlich gefangen genommen sind und das ist erstmal wie es ist und ich begleite eben Menschen und deswegen auch diese Reihe, Bewusstsein dafür zu schaffen und auch eben Wege aufzuzeigen, wie wir diese innere Freiheit in uns finden können beziehungsweise uns innerlich selber befreien können, weil dann können wir das Geld, die Freiheit, die wir haben, viel mehr genießen, denn sonst bin ich immer wie getrieben, oh ich muss vielleicht noch mehr Bitcoin anhäufen oder ich muss das und das noch erleben oder ich muss da und da hinreisen oder erst dann, wenn ich das Haus habe, bin ich glücklich oder wenn ich das Auto habe oder die Freundin oder wenn ich erst Summe x Bitcoin besitze, dann bin ich frei und dann habe ich das und dann bin ich aber immer noch nicht frei und darüber oder das ist meine Berufung, also ich fühle mich dazu berufen und was auch spannend ist, das hast du jetzt nicht gefragt, aber warum ich so den Bitcoin, also Bitcoin an sich als zukünftiges Investment sehr liebe, ich glaube, das ist relativ offensichtlich, aber warum ich auch den Bitcoin Space so liebe, ist, weil jemand, der wirklich Bitcoiner ist, der sich wirklich mit Bitcoin im Geldsystem auseinandergesetzt hat, der hat sich zum gewissen Teil auch mit der Wahrheit auseinandergesetzt, der hat nämlich erkannt, dass das aktuelle Fiat-Geldsystem, dass da einiges im Unhagen ist, ich will nicht alles verteufeln, aber dass da auch einiges sehr im Schatten ist. Es ist wichtig, es nicht zu verteufeln. Genau, 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 weil es dient uns ja auch. Es hat seine Vorteile, ich glaube, es erzeugt, wenn man die Welt, in der wir leben und die uns jetzt quasi auch hierher gebracht hat, komplett verteufelt, das sorgt doch für eine kognitive Dissonanz. Es hat doch, aber ja. Genau, also wir nehmen an, das was jetzt gerade ist, aber es ist eben auch nicht alles Gold, was glänzt. So und jetzt beschäftige ich mich mit dem Geldsystem und erfahre, okay, ich weiß noch mal einen Moment, ich hatte meinen Bitcoin erleuchtet, es war wirklich ein Erleuchtungsmoment in Mexiko vor anderthalb Jahren, fliegt zurück, hatte auf dem Ohr, hat mir sofort den Bitcoin-Standard geholt und kam zu dem Kapitel Geldsystem, was da alles passiert, Bretton Woods und so weiter und so weiter und in dem Moment ist richtig in mir, ich habe mich richtig ohnmächtig gefühlt, als ich das realisiert habe, ich wusste das nicht und ich habe mich quasi wie einer inneren Wahrheit geöffnet und habe, also es war nicht nur, ich habe im Außen etwas erkannt, sondern ich habe im Inneren auch etwas erlebt und in mir ist etwas weiter geworden, freier geworden und warum erzähle ich das? Wenn wir uns wirklich intensiv mit Bitcoin beschäftigt haben und das wird vielleicht jeder kennen, der sich intensiver damit beschäftigt hat, dass das nicht nur im Außen was gemacht hat, wo investiere ich jetzt rein, sondern auch mit uns als Mensch und wir sind einen Step mehr zur Wahrheit gekommen, wir haben uns der Wahrheit geöffnet, wir haben uns der Wahrheit hingegeben und das macht was mit uns. Aber Wahrheit ist ein großes Wort. Ja, Wahrheit ist ein großes Wort und mit Wahrheit meine ich einen kleinen Step mehr zu dem, wer wir wahrhaftig sind, wer wir wirklich sind als Mensch. Kommen wir in den späteren Folgen nochmal, ich will jetzt noch nicht zu tief eintagen. Und das bedeutet, dass Bitcoiner oder in dem Space sich mindestens einmal mit sich und der Wahrheit in welcher Tiefe auch immer beschäftigt haben, bewusst beschäftigt haben. Und alles, was wir einmal getan haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir es auch ein zweites Mal tun. Und deswegen liebe ich den Bitcoin Space und die Menschen oder auch wir waren ja jetzt bei den Innsbruck bei der Bitcoin Konferenz, wo viele Menschen auch auf dich oder mich zugekommen sind und sich sehr bedankt haben für die letzte Podcast Folge und das war ja auch so der Urinsprung, dass wir jetzt diese Fünferreihe machen oder diese Serie, weil es in uns allen Menschen dieses innere Bedürfnis, diese Sehnsucht gibt nach Wahrheit. Das ist in uns allen veranlagt. Und Bitcoin ist wie ein Einstiegstor für viele Menschen, um sich dieser Wahrheit zu öffnen. Und das heißt, jeder, der sich mit Bitcoin tief beschäftigt hat, ist offen für die Wahrheit. Wie weit er oder sie geht, das sei dahingestellt. Aber alleine ein Step schon gegangen zu sein, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch ein zweiter Step und ein dritter und vierter Step folgt. Moment, Moment. Aber die Wahrheit, von der du jetzt redest, ist nicht, das Fiat-System ist schlecht und die Illuminati kontrollieren die Welt. Das Klammer auf, das war jetzt ein Witz, Klammer zu. Sondern die Wahrheit ist das, was du in dir selbst findest. Ja, wer du wahrhaftig bist. Wer wir wahrhaftig sind. Wer wir wahrhaftig sind. Wer wir schon immer gewesen sind und wir aber im Laufe der Zeit, je nachdem, das erkläre ich jetzt kurz, aber lass uns in den anderen Folgen da tiefer drauf einsteigen, dass wir, wer wir wirklich sind und wer wir auch nicht sind und wenn wir das voneinander unterscheiden können und differenzieren können, dann sind wir freier. Dann sind wir frei und können uns, ja, da sind wir auch nicht mehr abhängig von dem, was im Außen passiert. Dann ist das Leben auf diesem Planeten vielmehr ein Spiel, einfach Genuss und Spiel und es passiert das, was passiert. Wir sind mehr im gegenwärtigen Moment. Wir sind freier von der Reizreaktion. Irgendwas passiert im Außen und ich muss wie Reizreaktion darauf antworten. Seitdem ich diese Reise gehe und auch mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die sind durchschnittlich glücklicher, innerlich ruhiger, friedvoller, erfüllter und das Leben hat an sich einfach eine viel größere Leichtigkeit bekommen und, und das ist das Schöne, diese innere Freiheit wirkt sich auch positiv auf die äußere Freiheit aus, weil dann bin ich nämlich nicht mehr dazu verdammt, das ganze Geld, was ich einnehme durch mein Gehalt oder meine Selbstständigkeit, was auch immer, sofort wieder auszugeben, um Leute zu beeindrucken oder weil ich gesehen habe bei Social Media, Instagram, Dubai ist sehr schön, ich muss sofort nach Dubai fliegen, sondern ich kann sagen, na ich brauche das ja alles gar nicht. Ich bin ja so wie ich bin, wer ich bin, einfach zutiefst glücklich und erfüllt und das ist wundervoll und angenehm und dann kann ich Geld sparen für die Zukunft mit Bitcoin und habe dadurch dann auch mehr relative, also äußere Freiheit. Es gibt aber, also warum spricht es mich an? Ich komme aus der liberalen Austrian School, ich sehe, dass nur das Individuum denkt, nur das Individuum handelt, was jetzt nichts gegen die Gesellschaft ist, aber die Gesellschaft ist nun mal eine Zusammensetzung aus Individuen und ich bin sehr angezogen vom Stoizismus, wo es darum geht zu sagen, ich kümmere mich um die Dinge, um die ich mich selber kümmern kann, ich baue quasi meine innere Zitadelle, das ist lustig, die Bitcoiner sprechen ja von Zitadellen und die Historiker sprechen ja auch von der inneren Zitadelle, weil das ist das, was ich beeinflussen kann, das ist das, was ich kontrollieren kann. Und Bitcoin ist eben der genaue Gegenentwurf von dem auf einer Geldebene, was wir sonst sehen. Also die Geldebene, das große System ist eben etwas, was wir überhaupt nicht kontrollieren können und plötzlich kann ich quasi das Geldsystem in voller Eigenverantwortung nehmen. Das ist schon ein, das ist also ein absolut revolutionärer Schritt, der genau dazu hineinpasst. Aber, deswegen habe ich das vorher mit den unter Anführungszeichen Illuminati erwähnt, es gibt schon noch, auch unter Bitcoinern, dann diesen Hang, ich werde jetzt das böse Wort nicht sagen, aber diesen Hang quasi zu allgemeinen Erklärungsmustern, also immer noch nach außen extrapoliert. Beispiel World Economic Forum. Alles sind, und ich weiß schon, es gibt sicher Leute, die dann in den Kommentaren schreiben werden, der Jilch hat nicht verstanden, dass das World Economic Forum hinter allem steckt, aber diese sehr vereinfachten Erklärungsmuster sind, wenn man sich länger damit beschäftigt, natürlich vereinfacht. Zu meiner Zeit waren es noch die Bilderberger. Jetzt ist es das World Economic Forum, ich weiß nicht, was es in zehn Jahren sein wird. Und woran liegt das, glaubst du? Ja. Wir Menschen, um die Psyche so ein bisschen zu verstehen, immer wenn wir nicht wir selbst sind, also identifiziert sind, wenn da irgendeine Form von Überlebensangst drin ist, haben wir drei Mechanismen. Jeder kennt alle drei, die ich jetzt nennen werde, aber jeder hat einen präferierten. Ich sage gleich auch meinen, und du kannst gerne auch deinen rauspicken. Einige von uns haben das auf einer sehr körperlichen Ebene. Das heißt, wenn irgendwas passiert, was gefühlt, ihr Überleben gefährdet, in Anführungsstrichen, gehen sie sehr gegen etwas. Also sie gehen in den Angriff gegen etwas. Andere von uns, wenn sie merken, okay, ich bin unsicher, ich weiß nicht, wo lang, dann neigen sie dazu, sich aus Angst heraus motiviert, wegzubewegen. Also zu fliehen, machen sich viele Gedanken, zweifeln vielleicht auch. Und das ist der Bezug, okay, ich gehe weg von etwas. Und die dritte Gruppe, eher emotional gesteuert, da zähle ich mich zu. Ich bin dann jemand, wenn ich unsicher bin, nicht ich selbst, dann gehe ich auf andere zu. Und bin so ein bisschen, oder jetzt deutlich weniger, aber früher sehr hysterisch. Und das ist so wie so eine, ja, Schutzstrategie von uns Menschen. So, wenn ich jetzt, um mal auf deine Frage zurückzukommen, World Economic Forum als Beispiel, wenn ich jetzt irgendein inneres Thema habe, vielleicht eine Emotion, die ich nicht fühlen will, vielleicht eine Ohnmacht. Ich fühle mich ohnmächtig, ich fühle mich ohne Macht innerlich, aber ich erlaube mir nicht, diese Ohnmacht zu fühlen. Was mache ich dann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder erlaube ich mir, diese Ohnmacht zu fühlen und bejahe sie, oder ich muss sie selber verneinen und vermeiden. Aber weil diese Ohnmacht dann ja nicht weg ist, muss ich sie irgendwo anders erzeugen. Also ich projiziere sie auf etwas im Außen. Und wenn es um Geld und um Macht geht, Ohnmacht, Macht, dann ist das World Economic Forum eine beliebte Projektionsfläche, auf die wir diese Macht projizieren können. Und wenn wir aber innerlich, und da werden wir auch noch mal in Folgen später darauf eingehen, wie wir das machen können, wenn ich aber innerlich diese Ohnmacht annehme und mir selber die Macht erlaube, dann kann ich sehen, ja, da gibt es die Institution, World Economic Forum, und ja, da sind sehr machtvolle Menschen, und ja, da wird nicht alles koscher sein. Nein, nein, um Gottes Willen. Ja, ja, ja. Und wir nehmen das jetzt als Beispiel, wollen jetzt nicht das World Economic Forum verteidigen. Nein, 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 alles gut, alles gut. Es ist ja nur ein Beispiel. Und dann kann ich jetzt einfach sehen, okay, da ist die Institution, die hat sich gebildet, die machen das und das, aber es muss ja mein Leben nicht beeinflussen. Ich muss ja nicht die ganze Zeit dran denken, ich muss ja nicht die ganze Zeit den Bösen da drin suchen, sondern wenn ich das so mache, oder es könnte auch jemand anders sein, dann projiziere ich ja, die sind die Bösen, in Anführungsstrichen, und ich bin gut. Und das, worauf ich verweise, ist, dass wir gar nicht mehr diese Unterteilung machen brauchen, die sind die Bösen und ich bin gut, sondern, ja, ich bin einfach. Und in mir ist was Gutes und Böses, in denen ist was Gutes und Böses, und wir können, ich kann leben, die können leben, und es ist gut, das heißt nicht, dass ich die großartig finde oder könnte ja auch der Nachbar sein oder die Regierung oder das Geldsystem, ist ja egal wer. Und ich bin innerlich im Frieden damit, wie das ist. Weil wir haben das auch schon im Beispiel gehabt, dass dieser Kampf gegen etwas führt ja auch dazu, dem mehr Kraft und mehr Power zu geben, was ja lustig ist, weil wir Bitcoiner einerseits oft sowas wie einen Kampf führen gegen das Fiat-System und die Zentralbanken und so weiter, aber andererseits dann beim Kampf, den wiederum die gegen Bitcoin führen, nicht sehen, dass das Bitcoin stärkt. Ja. Alles, was ich bekämpfe im Leben, wird stärker. Alles, was ich bekämpfe im Leben, wird stärker oder größer. Wann immer ich im Leben irgendwas bekämpfe, meinen Nachbarn, World Economic Forum, das Fiat-System, meine Partnerin. Oder Bitcoin. Oder Bitcoin. Also du kannst ja auf alles beziehen. Alles, was ich bekämpfe, wird stärker. Wir geben diesem Teil oder diesem Etwas, auf das wir es projizieren, einfach Macht. Und das lässt uns dann nachts nicht schlafen. Das lässt uns zweifeln. Das macht uns unruhig. Also wir nähren quasi das, wovor wir eigentlich Angst haben. Und das, wovor wir vermeintlich Angst haben im Außen, ist eigentlich etwas, was in uns, wovor wir innerlich Angst haben. Aber weil wir noch nicht bereit sind, nach innen zu schauen und uns dieser eigenen inneren Angst, Unsicherheit zu nähern, muss ich, wie eben schon gesagt, das auf irgendwas im Außen projizieren. Weil diese Angst, Energiehaltungssatz, es muss weiterhin da sein. Das heißt, es ist nicht einfach weg, sondern ich muss das im Außen haben. Wenn ich das jetzt weiter mit Energie fütter und dagegen kämpfe, dann wird das größer. In meiner Wahrnehmung. Und alles, was ich in mein Herz reinlasse, also wo ich mich mit dem Leben hingebe, in mein Herz einnehme, annehme, was ist, ohne dagegen zu kämpfen, davon werde ich frei und kann loslassen. Jetzt haben wir vorher darüber gesprochen, dass die äußere Freiheit, quasi dieses, du hast es erwähnt, für dich hat was als eine Gefühlssache und ich habe es ja auch erwähnt. Ich habe auch erwähnt, ich würde mich dem gar nicht öffnen ohne Bitcoin. Da ist etwas. Also dieses, das Geld, sein eigenes Geldsystem in die Hand nehmen, in Not laufen lassen, eine Wolle, auch die Verantwortung zu übernehmen, das macht etwas mit einem. Und dann kommen wir drauf, wir sagen immer, there is no second best, aber wir kommen drauf, Moment, eigentlich noch wichtiger als Bitcoin ist das Investment in mich selbst. Und das ist auch so ein Klischee. Das ist auch so, meistens sind das dann Leute, die sagen, hier, investier in dich selbst, kauf mal einen Kurs. Und nein, keine Sorge, es kommt jetzt kein Pitch für einen Kurs. Ich habe noch keinen aufgenommen, bin ich zu faul dafür. Aber wie, wie kann das aussehen? Also einerseits, okay, man landet ja offenbar, du bist ja auch zuerst bei dir selbst gelandet und dann erst bei Bitcoin. Es muss ja auch Menschen geben, die den anderen Weg finden, den anderen Weg umgehen. Aber wenn man in sich selbst investieren möchte, wie macht man das? Ja, ja, ja. Erstmal sehr, sehr schön gesagt, Bitcoin ist aus meiner Sicht, wenn es um die Reise zu uns selbst geht, für viele ein Einstiegstor. Also viele, die ich im Bitcoin Space erlebe, auf den Konferenzen, von denen höre ich, dass sie offen sind für Plant Medicine oder sich für die innere Reise interessieren, für Meditation. Also sie setzen sich bewusst mit auseinander, was ich so großartig finde, was ich so wertschätze. Und ich möchte dazu sagen, auch als jemand, der mit sowas keine Erfahrung hat, ich weiß, Meditation ist sicher super, aber ich möchte nicht, dass wir jetzt irgendwelche einfachen Lösungen sozusagen anbieten, so wie Plant Medicine oder so. Sondern ich weiß, jeder wird dann, es gibt auch eigene Vorträge auf Bitcoin-Konferenzen, Bitcoin und Psychedelika und solche Sachen. Alles sehr interessant. Aber mir geht es wirklich, ich glaube, jeder wird selber den Weg in diese Reise finden, aber wo setze ich an? Weil es kann ja nicht sein, weil investieren klingt so nach Geld irgendwo reintun, aber darum geht es nicht. Nee, nee, also investieren, du kannst ja Zeit investieren, du kannst ja Energie investieren, du kannst ja Geld investieren, also du kannst ja verschiedene Dinge investieren, dann ist die Frage, gucke ich mir jetzt heute Abend eine Netflix-Serie an oder setze ich mich einfach mal bewusst aufs Sofa hin und spüre einfach mal rein, was in mir gerade vorgeht. Nehme ich einfach mal wahr, was da eigentlich gerade ist. Wir sind so in dieser Welt, gerade in der westlichen Welt, dass wir so im Außen sind und gucken, was passiert in der Welt und hier und da geopolitisch und wir haben die ganze Zeit unsere Sinne nach außen geöffnet und da ist nichts verkehrt dran. Und es gibt aber auch eine innere Welt und idealerweise ist beides im Balance, dass wir innerlich ruhen und dann gehen wir durch diese Welt, nehmen die Schönheiten des Lebens wahr, können auch reagieren, wenn was passiert. Ich bin selber seit einem Jahr am Boxen, also es ist mein Sportboxen und da ist es auch, da geht es auch darum, innerlich ruhig zu bleiben und nicht hyperaktiv und innerlich gestresst, innerlich ruhig, aber trotzdem wahrzunehmen, was macht der Gegner die ganze Zeit und deswegen ist das für mich ein sehr schöner Sport. und wenn wir sagen, das beste Investment ist in dich selbst, ist ein Kalenderspruch und es ist die Frage, ob wir es wirklich auch leben oder ob wir es einfach nur kognitiv sagen. Steht es auf dem Kalender oder praktiziere ich das? Und das Investment in uns selbst bedeutet eigentlich nichts anderes, wir selbst zu sein im gegenwärtigen Moment. Bin ich jetzt gerade präsent? Bin ich jetzt gerade hier? Ich bin nicht bei meiner Verlobten gerade oder wie war meine Reise, sondern ich bin jetzt mit dir hier und wenn ich jetzt präsent bin, dann sehe ich dich, dann können wir in Verbindung treten, dann sind wir wirklich tief miteinander verbunden und nicht gedanklich, was muss ich als nächstes machen oder was esse ich morgen, sondern ich bin jetzt hier und es gibt nur diesen Augenblick und dadurch steigt die Qualität unserer Verbindung. Wir öffnen uns mehr, wir fühlen uns gesehen, wir fühlen uns innerlich frei und wir spüren die Liebe viel mehr. Wir sind dahingehend ruhiger und machen uns weniger Sorgen. Ich glaube sogar, dass das einer der Gründe ist, warum zum Beispiel solche Dinge wie Longform Podcast so gut funktionieren. Nicht nur, dass wir zwei jetzt hier sitzen können und uns aufeinander konzentrieren können und die Handys weit weg sind und man kann wieder ein Gespräch führen, sondern das ist auch für Leute, die jetzt zusehen oder zuhören, oft gegeben und das freut mich sehr. Weil wir reden immer davon, dass die moderne Generation TikTok hier und kurze Aufmerksamkeit sparen und so weiter, aber dann ziehen sie sich irgendwie drei Stunden Podcast rein. Also da gibt es ja was. Ja genau und das ist ja spannend, das können wir ja in dieser Folge erleben und auch vor allem in den nächsten Folgen, wenn wir noch tiefer eintauchen, dass wir begegnen uns und ich bin Bewusstsein, du bist Bewusstsein und wir erschaffen gemeinsam ein Bewusstseinsfeld, einen Bewusstseinsraum. Und je präsenter die Individuen sind, wie bei einer Gesellschaft, je präsenter wir beide sind, umso harmonischer ist auch das Bewusstseinsfeld, der Bewusstseinsraum, in dem wir uns befinden. Und wir Menschen lieben Harmonie und innere Ruhe, weil das uns entspannen lässt. Wir können uns dem hingeben und es fühlt sich wie Erholung an. Manche Menschen gehen in die Sauna und in die Therme, sind innerlich aber so gestresst, weil sie gar nicht innerlich zur Ruhe kommen und andere Menschen sind in der Wiener Innenstadt, wo ganz viel los ist, aber innerlich so in sich geruht und können das ganze Leben viel mehr im gegenwärtigen Moment genießen. Und wenn wir beide jetzt miteinander sprechen und jemand hört jetzt, hört oder sieht jetzt unsere Folge, dann taucht er oder sie oder überall ist es so, aber ich bringe jetzt unser Beispiel, wie so einen Bewusstseinsraum rein, in so ein Bewusstseinsfeld. Und in diesem Feld kann ich mich entweder hingeben, mich öffnen, oder ich kann auch weiterhin dagegen kämpfen und sagen so, nein, das will ich nicht und ich möchte mich dem nicht öffnen, was auch fein ist. Und in diesem Feld komme ich zur Ruhe und kann wahrnehmen, was ist denn eigentlich gerade in mir? Spüre ich gerade vielleicht meinen Körper? Nehme ich vielleicht eine Emotion wahr, die ich lange nicht wahrgenommen habe oder einen Körper empfinden? Und wenn ich dem dann tiefer nachgehe, wie so eine Zwiebelschicht, ah, da ist was, kommen in der nächsten Folge den genauen Prozess, aber einfach nur kurz, um das zu erläutern, dann nehme ich wahr, ah, da ist interessant, da ist irgendwas und dann gucke ich tiefer und was ist da drunter und darunter und wir kommen immer mehr zum Kern. Aber wenn wir die ganze Zeit mit TikTok, was du gesagt hast, oder Instagram, diese kurzen Reels, abgelenkt sind und da ist nichts falsch dran, aber abgelenkt sind, dann verlieren wir die Wahrnehmung, das Gewahrsein für dem, was in uns, in diesem Moment ist. Und wir sind gestresst, wir sind unruhig, wir sind, ja, wir können, der Tag geht vorbei, was habe ich gemacht? Unsere Beziehungen sind sehr oberflächlich, unsere Arbeit vielleicht halbherzig, wir sind unzufrieden, voller Angst oder Scham oder Wut, je nachdem und wir sind nicht wirklich da. Der Zusammenhang mit dem Fiat-System ist doch offensichtlich. Also der ist ja, der ist, ich glaube, das können wir quasi nur unter Bitcoin und so besprechen, weil, wie gesagt, das ist das, was ich gemeint habe mit, wir sind doch alle verrückt, wenn wir das, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und das den Leuten erkläre, schauen sie sich an wie ein Autobus. Ja, die meisten. Die meisten, die meisten. Manche werden dort hinkommen, aber ich glaube, dass sozusagen, wenn erst mal diese Last von dir abgefallen ist, dass du dieses Fiat-Hamsterrad mental, die meisten machen es ja praktisch eh noch mit, aber mental mitmachen musst, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Aber ich glaube, der zweite Schritt ist dann auch festzustellen, zumindest war es bei mir so, dass es eben nicht ständig geht. Also, dass du auch zulassen musst, dass du immer noch diese Ablenkung machen wirst, dass du immer noch Dinge unterdrücken wirst, dass du immer noch Dinge auch vermeiden wirst und immer wieder auch, wenn du es nicht schaffen wirst, dich wirklich diese Konzentration, dieses Zulassen zuzulassen. Das ist auch okay. Also, es geht ja nicht darum, dass wir die ganze Zeit im tiefsten Senn sind und alles bejahen, was ist. Beispiel, ich bin, also bin ich jetzt nicht, aber ich nehme jetzt mal einen Chirurg im Krankenhaus und der hat einen Stress mit seinem Sohn und ist wütend oder irgendwas. Und jetzt ist er bei einer vierstündigen Herztransplantation. Da wäre es nicht so cool, wenn auf einmal seine Emotionen hochkommen aus dem Konflikt mit seinem Sohn. Also, es ist schon von dem Menschsein auch sinnunddienlich, dass wir Emotionen oder innere Körperempfindungen auch eine Zeit lang runterdrücken. Das ist wie, die Gazelle läuft vom Löwen weg, die ist dann voller Adrenalin und Stresshormone und dann kommt sie dem Löwen, was macht sie? Sie schüttelt sich. Sie schüttelt den ganzen Stress raus. Aber wir Menschen, wenn wir es nicht gelernt haben, gehen durch diese Welt, Fiat-System, Geldsystem, wir nehmen den ganzen Stress mit, aber wenn wir ihn nicht wieder loslassen, dann erfüllt er uns die ganze Zeit. Wir sind gestresst, werden krank, voller Ängste, Zweifel und sind wie in so einem Film, ohne mal auszusteigen und loszulassen und sind die ganze Zeit im Tun. Ich muss tun, 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 anstatt einfach mal innezuhalten, immer mal wieder. Und das muss ja gar nicht den ganzen Tag über sein, sondern wir können uns ja dem annähern. Das ist wie im Fitnessstudio. Wenn du das erste Mal ins Gym gehst, ein bisschen Bauch trainiertest, dann wirst du ja auch noch nicht die Erwartungshaltung haben, morgen habe ich ein Sixpack, sondern das ist ja auch Zeit, die es braucht. Nein, aber es gibt den Moment, wo du sagst, ich gehe jetzt ins Gym und ich gehe fünf Tage ins Gym und dann mache ich einen Tag Pause, obwohl ich das nicht wollte. Und dann musst du dich mental wieder dazu bringen, trotzdem noch ins Gym zu gehen. Weißt du, was ich meine? Und dass man mental auch üben kann. Das ist für mich eine total interessante Erfahrung, die ich erst persönlich erst in den letzten Jahren gemacht habe. Ja, wir können unseren Geist auch trainieren und auch Disziplin in dem Fall, was du meinst, also uns zu disziplinieren. Und immer wieder, also bei mir war es ja auch, ich habe irgendwann, meine Reise hat vor 14 Jahren begonnen, wir sprechen nächste Folge, aber war auch so am Anfang so, was ist das alles? Und irgendwann aber so eine mentale Haltung dafür entwickelt, also ich gehe diese Reise und wenn was in mir ist, wenn da Emotionen sind, die unangenehm sind, ich fühle sie oder wenn da Wahrnehmungsempfindungen sind oder Konflikte im Außen, was hat das denn mit mir zu tun? Und einfach wie so eine, ja so eine tiefe innere Überzeugung, ich gehe diese Reise und je häufiger wir diese Reise gehen, umso besser werden wir drin und so selbstverständlicher, wie du, wenn du hier Podcasts machst oder Videos aufnimmst, für dich ist das ein Kinderspiel, du sitzt hier und du kannst dir eigentlich jeden vorsetzen und das ist leicht. Der Trick ist es, aussehen zu lassen, als wäre es ein Kinderspiel. Okay, okay, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber tatsächlich ist es eben auch viel Inneres und das Äußere. Und dann ist eben auch die Frage, mache ich das, diese mentale Disziplin, mache ich das aus einer inneren Angst motiviert, weil ich das machen muss und weil ich mich dazu, ich muss das jetzt machen und in so einer Anspannung oder mache ich das aus einer Liebe heraus, aus einer Leichtigkeit heraus? Ich kann in einer Partnerschaft sein, aus einer Liebe, aus einer Leichtigkeit heraus, weil ich wirklich diese Frau oder Mann liebe oder ich kann in einer Partnerschaft sein, aus Angst, weil ich Angst habe, allein zu sein, weil ich Angst habe, nicht gesehen zu werden. Das kommt so oft vor. Ja, ja, häufig. Bei vielen Paaren ist das so, dass Partnerschaften nicht aus einer reinen Liebe sind oder in der Basis nicht. Es gibt immer Konflikte, das ist okay. Sondern wir tun Dinge eigentlich aus einem Motiv der inneren Angst heraus. Und daran ist auch nichts verkehrt. Sondern viel wichtiger ist, dass wir uns dem gewahr werden, warum tue ich das eigentlich, was ich gerade tue? Warum bin ich in dieser Partnerschaft? Warum gehe ich diesem Job nach? Warum bin ich mit diesen Freunden zusammen? Und wenn wir uns dann hinterfragen und sagen, warum mache ich das eigentlich? Aber das ist jetzt wichtig. Da können wir jetzt den Bogen spannen zur Frage, wie die Menschen eigentlich zu Bitcoin reinkommen. Weil wenn wir jetzt auch über den Preis reden, es wird jetzt mit einer, sage ich jetzt mal, einer Wahrscheinlichkeit, die wir als relativ hoch einschätzen, der Preis weiter steigen. Also wir haben absolute Knappheit gegenüber. Das heißt, es wird neue Leute geben, die in Bitcoin reinkommen. Bitcoin, das Marketinginstrument, ist am erster Linie, ich sage immer, es setzt bei der, bei Effekt des Fiat-Systems eigentlich an, ja, bei der Gier und nimmt dich bei der Gier und dann schüttelt es dich so lange, bis dann die Gier eigentlich weggefallen ist, bei den meisten oder bei vielen, die heute zuhören, andere Dinge, aber das ist weniger da, und zeigt dir eigentlich eine ganz neue Welt dann. Und was diese Welt, wie diese Welt ist, das ist unsere Verantwortung, die zu gestalten, vor allem für uns selbst erst mal und dann natürlich als Community, als Gemeinschaft, was auch immer. Aber es ist ja auch da, Angst durchaus ein Motivator, weil diese Gier ist ja auch die Angst vor der Unsicherheit, die Angst durchaus vor der Verarmung, vor der Infektion, also das sind ja diese Dinge, über die wir ständig sprechen, das Geld wird weniger wert, Europa geht vor die Hunde, ja, und wir sind aber, und da mache ich jetzt noch ein Ding auf, weil du es vorher erwähnt hast, aber ich muss es kurz aufmachen, wir sind halt auch in dieser rationalen, sehr, sehr, wie soll ich es, also niemand steckt mehr drinnen in dieser Fiat Bubble, als da, wo die Fiat Bubble gut funktioniert, also der Westen, Amerika und Europa. du wirst wahrscheinlich in Indien und in Asien und auch in Afrika und so weiter viel mehr Spiritualität erleben oder auch Nähe zu irgendwie einem anderen Leben, aber wir stecken da voll drinnen. Ist das schlecht, dass wir uns quasi als die Angst zur Motivation nehmen, etwas zu verbessern in unserem Leben? Nichts ist schlecht, alles ist, wie es ist. Das durfte ich viel lernen, früher war ich mehr so im Judgment, das ist gut und das ist schlecht, nein, das ist, wie es ist. Und wir können Dinge verändern, ich sage das eben schon, aus einer Freude heraus, weil wir es lieben, aus einem Herzen oder aus einer Angst heraus. Und so kann ich das Geldsystem positiv beeinflussen, aus einer Liebe heraus, weil ich es großartig finde, dass wir einen wirklich soliden Wertspeicher haben, auf dem wir wirklich auch sparen können, eben wie Bitcoin. Oder ich kann es machen, aus einer Angst heraus, motiviert heraus zu sein. Und auch daran ist nichts verkehrt. Viel entscheidender ist, also Angst ist an sich gar kein Problem. Freude ist wundervoll, Liebe, also jede Emotion zum Beispiel ist einfach nur eine Emotion. Es ist die Frage, ob wir in der Lage sind, diese Emotion, die ist, komplett zulassen können oder ob wir aus einer Angst vor einer Emotion ein adaptives Verhalten benutzen. Also wenn ich zum Beispiel Angst habe vor Ohnmacht, also ich erlaube mir, die Ohnmacht nicht zu fühlen. Ich fühle mich, also der Zustand von Ohnmacht, der macht mich wahnsinnig. Alleine der Gedanke daran, ohnmächtig zu sein, also mich jetzt nicht, aber allgemein gesprochen, gibt jemanden, auch einen Kunden, der hat so große Angst vor Ohnmacht, der tut alles, um diese Ohnmacht in seinem Leben zu vermeiden. Dann ist das aber motiviert aus einer Angst vor etwas und ich vermeide und passe mein Leben so an und versuche die Dinge so zu machen, aber ich bin nicht ich selbst. Anstatt einfach diese Angst zu spüren vor der Ohnmacht und diese Ohnmacht einfach einzuladen. Okay, ist es okay, auch mich mal ohnmächtig zu fühlen? Und dann gehe ich an 90% der Dinge viel entspannter ran. Ich muss da nicht alles kontrollieren, ich muss nicht alles für die Zukunft jetzt schon heute wissen, sondern ich kann gewisse Dinge regeln. Im Finanzbereich wäre es für mich jetzt Bitcoin, ich investiere immer wieder rein und kann aber 90% der Gedanken, vielleicht sogar 95% muss ich gar nicht mehr denken, weil ich bin ja gar nicht mehr dazu geforst, aus einer Angst vor etwas, was die Ohnmacht in dem Fall wäre, alles kontrollieren zu müssen, sondern ich lasse heute die Ohnmacht zu und es ist okay, ohnmächtig zu sein und kann dann viel entspannter leben und kümmere mich nur noch um die wirklich wichtigen und relevanten Dinge in meinem Leben und lebe so viel leichter. Und so ist es mit allen inneren Themen, mit allen Emotionen. Es ist also nie die Emotion an sich, sondern immer nur die Angst vor einer Emotion, die entscheidend ist. Und wenn wir diese Emotion annehmen und einladen, dann ist es leicht und dann können wir uns auf die wesentlichen Dinge fokussieren und müssen uns nicht Gedanken machen, wie wird mein Vortrag in sechs Wochen und wie wird meine Frisur sein und hoffentlich verhaspel ich nicht. Das ist alles nicht wichtig im gegenwärtigen Moment. Und wenn wir im gegenwärtigen Moment verweilen können, dann sind wir frei. Wenn ich aber immer versuche, wenn du jetzt bildlich gesprochen für alle Zuschauer, diese Ohnmacht, die ich nicht fühlen will, ist wie so ein Wasserballon. Und diesen Wasserballon unter Wasser zu halten, ist auf Dauer anstrengend. Und dann habe ich nicht nur die Ohnmacht, vor der ich Angst habe, sondern auch die Schuld oder die Scham. Und dann bin ich die ganze Zeit in meinem Leben damit beschäftigt, Wasserbälle unter Wasser zu drücken, anstatt einfach die Luft aus diesen Wasserbällen rauszulassen und sagen, okay, dann fühle ich jetzt einfach mal, wie fühlt sich die Luft der Ohnmacht an? Dann ist der Wasserball leer und es ist easy, diesen Wasserball unter Wasser zu halten. Und dann muss ich nicht die ganze Zeit mir Gedanken machen, Sorgen machen, zweifeln, was passiert in der Zukunft, sondern ich kann einfach jetzt im gegenwärtigen Moment sein, das Poolwasser genießen, von mir aus auch noch die Sonne und es ist leicht. Für mich eines, muss ich ganz ehrlich sagen, eines der Themen, die mich schon mein ganzes Leben begleiten und die mir bis heute nicht ganz leicht fallen, aber leichter als ich gehe zuvor. Weil ich bin so der Typ, der muss dann wirklich sein ganzes Leben um das herumbauen und da ist mir schon viel gelungen, aber es geht ja nicht um mich. Du hast dir jetzt deine wunderbare Antwort auf deine Einstiegsfrage gegeben. Deine Einstiegsfrage war, geht der Bitcoin-Preis nochmal runter, damit ich einkaufen kann? Und ich sage dir Johannes, lass die Ohnmacht zu. Deswegen kaufen Bitcoiner mit Sparplan zum Beispiel bei Coalfinity und stellen das ein, einmal die Woche oder von mir aus jeden Tag. Du musst die Ohnmacht zulassen, dass du nicht weißt, ob der Preis nochmal runter geht und das ist auch egal. Weil was passiert, wenn er runter geht und du kaufst regelmäßig zu, dann bekommst du einen niedrigeren Durchschnittspreis und wenn er nur noch rauf geht, wird es dir egal sein. Aber ich verstehe, die Emotion, die kenne ich und die werde ich noch wahrscheinlich bis ans Ende meiner Tage bei vielen Menschen erleben, wenn es um Bitcoin geht, weil ich habe sie selber gehabt und ich kann mich an viele Momente erinnern, ich habe auch viel Geld. Das Problem ist, wenn du die Emotionen nicht los wirst, dann wirst du, der Markt rüttelt dich brutal durch und du wirst einen Grund finden, am absoluten Tiefpunkt zu verkaufen, nicht zu kaufen, nicht zu kaufen. Du verkaufst alles, weil du Angst hast vor dem Verlust des restlichen Geldes, weil natürlich, und das ist vielleicht ein guter Ende auch für diese Episode, wir dürfen nicht vergessen, dass Menschen, die in Bitcoin investieren und Bitcoin kaufen, da steckt wahnsinnig viel Selbstverantwortung und Selbstbewusstsein auch dahinter, sich wirklich gegen die gesamte Welt zu stellen, quasi, die dir alle erklären, nein, du musst also hier den ETF kaufen oder Gold kaufen oder eine Immobilie kaufen und dann musst du dich erstmal hinschauen und sagen, nein, nein, ich kaufe jetzt Magic Internet Money. Ich meine, das ist das, was ich gemeint habe, mit verrückt sein. Also du musst schon sehr viel Selbstsicherheit besitzen oder du rutschst rein, indem du einfach sagst, es gibt halt Leute, die haben bei 100 Euro Bitcoin gekauft, weil sie es lustig fanden oder dafür Drogen gekauft haben und dann liegt das noch irgendwo rum und jetzt haben sie halt viel davon. Das sind diese Möglichkeiten. Und das ganz kurz noch zu ergänzen, ich hatte heute Morgen die Frage gestellt und es ist nichts verkehrt daran, die relative Freiheit sich zu erweitern. Also wenn ich die Wahl habe zwischen jetziger Preis oder halber Bitcoin Preis, dann nehme ich natürlich den halben Bitcoin Preis, um meine relative Freiheit zu erhöhen. Es ist immer nur die Frage, kann ich es loslassen, kann ich jetzt diese Auffahrnahme machen oder heute nach Hause gehen und ohne, dass ich damit irgendwie involviert bin oder hängt es mir den ganzen Tag noch nach, diese ganze, was du eben auch sagtest, bin ich die ganze Zeit emotional noch involviert, habe ich das jetzt richtig gemacht, oh jetzt doch nicht, dann bin ich nicht frei. Aber es ist ja auch nichts verkehrt, ich sage mal, gute strategische Entscheidungen zu treffen, die uns mehr äußerliche Freiheit bringt. Nein, aber der Punkt ist, wenn du anfängst, über diese Dinge nachzudenken, ich habe eben selbst die Erfahrung gemacht und wahrscheinlich bin ich der schlechteste Trader der Welt und deswegen habe ich ja auch erst das Spät-Bitcoin gekauft und ich bin ehrlich gesagt ganz happy darüber, also alle sagen, man braucht mehr Bitcoin, ich möchte diese Verantwortung gar nicht haben, ist auch gar nicht notwendig, weil ich der Meinung bin, es geht viel mehr um den Trend und das soziale Netzwerk und die Welt, die das ermöglicht, als jetzt die absolut, weil am Ende des Tages, und das ist auch der Punkt, deswegen reden wir ja über Invest in uns selbst, Geld ist einfach nur Geld, also in dem Fall, es ist nur eine Zahl auf einem Bildschirm, wenn die Zahl höher ist, fühlen wir uns vielleicht besser, wenn die Zahl niedriger ist, fühlen wir uns schlechter, aber es kann auch, es kann auch wirklich befreiend sein, Geld zu verlieren und darauf zu kommen, die Sonne geht immer noch auf, also das ist auch charakterbildend. Ja, es geht darum, dass wir uns loslösen davon, emotional, ob unser Kontostand hoch oder runter geht, weil dann sind wir frei, das heißt nicht, dass es nicht schön ist, viel Geld zu verdienen oder Geld zu haben, weil wir dadurch Reisen machen können, Erfahrungen machen können, das ist diese Kunst zwischen innerer Freiheit und trotzdem Genuss in diesem materiellen Leben und diese Balance hinzubekommen, weder das eine zu stark zu priorisieren noch das andere, ich bin jetzt Asket in Indien, habe nur noch, weiß ich nicht, ein Leintuch an und nichts zu essen und lebe von Hand im Mund und bin von mir aus erleuchtet, darum geht es für mich zumindest auch nicht, sondern innerlich frei zu sein, das Paradies auf Erden zu erleben und die äußeren Umstände dieses wundervollen Lebens, der Möglichkeiten in dem Zeitalter, wo wir leben, zu genießen und da eine schöne Balance hinzubekommen und so sehe ich auch meine Aufgabe, meine Lebensaufgabe, so eine Brücke zu schlagen zwischen der geistigen, spirituellen Welt, nennen wir es jetzt mal so, energetischen Welt und der materiellen Welt und nicht einfach nur in der, ich sag mal, spirituellen Bubble zu bleiben, auf Bali chanten und Queen Smoothie trinken und Yoga machen, sondern wirklich im wirklichen Leben mit den ehrlichen Herausforderungen diese anzunehmen und aus einer gewissen inneren Haltung diese anzunehmen und dieses Wissen weiterzugeben, also wie so ein Brückenbauer zwischen den Welten, und das ist meine Lebensaufgabe und da lasst uns sehr, sehr gerne tiefer drin eintauchen und das würde mich super freuen in den restlichen Folgen, die wir haben, diese Brücke zu schlagen zwischen materieller Welt und geistiger Welt und eine gesunde Brücke zu bauen, dass diejenigen, die sagen, hey, ich ohne schon gut die materielle Welt oder ich fühle mich sicher oder ich gehe diesen Weg und übernehme volle Verantwortung, sie dann auch da reinzuführen in diese geistige Welt oder Menschen, die in der geistigen Welt viel unterwegs sind, die es aber schwer haben mit der, ich sag mal, materiellen Welt, denen zu helfen, diese Brücke zu gehen, weil im Endeffekt sind wir Bewusstsein. Im Endeffekt ist es ja dieselbe Brücke, man geht in beide Richtungen. Genau, es ist immer die Frage, von welcher Seite kommen, aber im Endeffekt sind wir Bewusstsein, wir haben einen menschlichen Körper bekommen, wir leben zu dieser Zeit und es ist wundervoll und wenn wir beide Bereiche für uns ownen und ich sag mal, guten Zugang zu haben, ja dann ist Leben einfach geil. Ein Spiel, Genuss und dann können wir surfen und dann sind wir Liebe und alle Menschen, das ist vielleicht ein schönes Abschlussstatement, wir sind alle Liebe und wir lieben es, unsere Liebe einfach zu verschenken. Wie ein Apfelbaum, der wächst und der verschenkt einfach seine Äpfel, ohne dass er dafür was haben will und das ist so auch die Intention für die restlichen Folgen. Die Liebe, die in uns allen ist, in dir ist, in mir ist, in jedem von uns einfach zu verschenken und zu surfen und zu dienen. Und dann, ja. Machen wir. Johannes, danke für Nummer 1 und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wir sehen uns gleich wieder. Aber das wissen die Zuschauer. Aber zwischen der Ausstrahlung der Folgen ist ein bisschen Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Nico.